Manfred! Mach keinen Blödsinn! Will ich nie tun. Ja, ja. Ich hab doch noch Sand. Möchtest du auch nen Rucksack? Ja, wäre schön. Einen Bad Bag zu haben. So nen Anziehrucksack. Ja, den kann man anziehen. Ja. Echt jetzt. In der Tat. In der Tat. Ah, du bist auch ein Peats-Meets-Schauer. Ne, ne. Doch, 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 doch. Der sagt das nämlich immer. Ich weiß das. Ne, ich schau ihn nicht. Na gut. Hätte ja sein können. Ja, könnte ja sein können, aber ist halt nicht so. Ja. Dankeschön. Ja, manchmal ist er auch nett. Manchmal. Aber nicht so offen. Oh Mann. Ich glaub, ich hol mal Luft. Luft! Schon wieder da unten. Luft! Ich bin weg. Merk ich langsam. Du merkst gar nichts. Ich hab wenigstens meine Falle bauen. Aha. Interessant. Ich ess mal nen Huhn. So. Schaufel. Und weiter geht's. Das ist nicht die Schaufel, du Idiot. Oh, ich brauch ne neue Schaufel. Die macht nicht mehr lange. So. Geschafft. Mit Geräusch. So, jetzt werd ich hier mal noch die Lücken stopfen. Oh. Hast du kein Zendrucks? Weißt du? Ne. Ich krieg' Angst. Ja. Ich bin schon weg. Ne, ich schon weg. Oh Gott, ich hab'n Spawn vergessen zu machen. Ah, Scheiße. Naja, dann ist das halt jetzt so. Egal. Oh, nicht so weit. Hier ist ja nur Sand und Wüste. Nei. Und Hasen. Na, haben wir hier noch was? Na, na. Was sagt mein Tonradar? Hier ist nix. Ich ruhe der Bier hier einen ab. Gibt es kein Motorboot oder sowas? Kann man nicht eine Redstone-Maschine an so einem Boot bauen? Das ist von alleine. Ne, leider nicht. Schade. Oh. Oh, ein Kraken. Das brauche ich auch noch. Hier waren wir hier schon? Ne. Ach, schliss, das geht nicht. Warum? Was denn? Gar nix. Alle. Das will nicht, wie ich das will. Ich glaube, meine Schaufel ist gleich kaputt. Ich habe keine mehr mit. Mist. Da muss ich, glaube ich, spätestens zurück. Aber nur ein Protest. Wir brauchen die noch. Ich habe einen Bug gefunden in Minecraft. Au. Mir ist gerade der Himmel auf den Kopf gefallen. Au. Ja. Ja. Hat wehgetat. Ein Bug in Minecraft? Ja. Welchen hast du denn gefunden? N ist ein Bug oder ich kenne mich aber nicht aus? Weil ich bin irgendwie sehr schnell unterwegs, komischerweise. Beim Schwimmen? Ja. Ja, beim Schwimmen. Drück mal F5. Ja, jetzt ist ja bei mir C. Ja, was ist damit? Fällt dir irgendwas auf? Ach, ach, ich schnüffel. Ja. Ja, das ist jetzt bei 1,10 oder seit Mitte 1,10 so, ne? Das habe ich so hinzufügen. Ach so, was weiß. Also ich spiele ich nie auf der 1,10 oder 1,9. Ich bin eigentlich der 1,8 Fan. Ja, weil ich hier BVP-Spiele halt, statt Ria so halt, ja. Ach so, okay, okay. Das machen wir ja nun gar nicht. Das ist ja hier klassisch. Naja, soll ich jetzt nicht sagen, ne? Ja, ich mach das ja nicht. Also in der Aufnahme machen wir das nicht, ne? Das ist richtig. Schläge ich dich mal gerne. Ja, na gut. Das ist ja... Schläge stark. Den Christi ja immer wieder. Ich wollte doch eigentlich Ton holen. Warum mach ich das jetzt hier? Warum? Hast du da richtig rum? Ich wundere mich schon. Au, 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 au. Oh, Vorsicht! Überlege ich dir, was du machst. Passiert nix. Passiert nix. Ich kann auch noch in die Tiefe gehen, sehe ich gerade. Oh, hier ist ja richtig... Oh, hier gibt's ordentlich Sandstein. Ich muss mir mal meinen Rucksack reinholen. Okay. Och, der ist ja noch leer. Kann ich ja den ganzen Klatteradatsch reinmachen. So. Hm. Schade, schade. Die alten Dorfbewohnern sehen nicht neu aus. Scheiße. Jetzt hast du den Gag versaut. Gut. Ich wollte doch ganz überrascht tun. Ja, das funktioniert nicht. Der Scheiß. Ah. Hast du keine Axt? Doch. Jetzt schon. Dreimal auf Holz geklopft. Oder hast du dir... Hast du mal ein Rett auf den Kopf gehauen? Ich bestehe nicht aus Holz, möchte ich anmerken. Aus was denn? Aus Luft. Ach so. Das ist gut beim Tauchen. Hast immer Luft dabei. So. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier mache. Ich gehe jetzt wieder zu meinem Boot. Aber hier war noch Kohle. Die habe ich schon abgebaut, wa? Einer. Der... Ah, da war Schlaf. Kohle gibt XP. Ich habe schon wieder Acht. Hier geht es auch noch weiter. Was ist denn das hier für eine Höhlerei? Interessant. Klick. 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 Hier ist Schluss. So. Und dann stelle ich da oben drauf. Und dann mache ich hier eine Fackel ran. Damit jeder weiß, dass wir hier schon mal waren. So. Ach so. Das habe ich ja... Boot haut ab. Das Boot. Traut sich was. Falsch rum. Der Kraken wollte mit meinem Boot abhauen. Okay. Ist nix. Irgendwann finde ich noch Ton. Hast du irgendwas gemacht? Der Tag dauert schon so lange. Nö. Den hat mich wohl mein Gefühl getäuscht. Ich finde hier aber keinen. Braucht doch noch Tegel. Ganz viele. Ja. Ist hier was? falsch. Nee. Nee. So geht mal raus. Nee. Hier ist nur Kies. Oh. Nix da mit Kies. Bin ich jetzt in meine eigene Falle reingetoppt? Ich bin ja schon. Das kommt davon. Wer anderen eine Grube gräbt. Schickt Manfred rein. Wo ist das? So. Luft geholt. Oh. Hier ist... Hier. Hier. Ich habe eine Ader. Oh. Eine ganz kleine. Oh. Ich habe das so steil. Luft. Luft. So ist gut. Äh. Hoch, hoch, hoch. Ah. Es wird dunkel. Haben wir keinen gebrannten Stein mehr? Kann sein. Wir haben ja viel gebaut. So. Wieder Bettchen bauen? Jetzt schon. Na, es ist doch dunkel. Wirklich? Ich kann mich hinlegen. Oh. Ich aber nicht. Hast du kein Bett? Nee. Wo bist du denn? Boah. Ich bin immer irgendwo auf der Welt am Farmen. Oh, das ist aber schön. Das wäre natürlich doof, wenn du dann kein Bett bei hast. Ja, aber ich bin halt auf dem Server und dann wird es halt gezählt als der. Mann hat alles. Oh Gott. Junge. Oh Gott. Ah, sind getepeet? Äh, jetzt fahre ich zurück. Ich mache jetzt eine Nachtfahrt. Kann ich eigentlich auch eine Fackel? Ich habe ihn nur sein Bett gebracht. Oh, das ist ja, das wusste ich gar nicht, dass das geht beim Rudern. Und jetzt aus einem Mini-Hung zwei große Hühne? Okay, ich gehe. Äh. Ich komme hier nicht mehr raus mit dem Boot. Ja, schön. Was ist passiert? Ich bin doch auch da reingekommen. Nimm, 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 nimm. Ich würde zur Beratung gehen. Das hast du gemacht. Du hast dich hierhin tepeet und dann hast du mir, ne, und den Weg verbaut. Nee, das wird im Chat stehen. Ja, das kann man immer sagen. Ja, du hast nur mal einen Operator. Ich bin hier gar nicht, ich habe mich verfahren. Ist aber nicht gut. Hier geht es gar nicht weiter. Deswegen bin ich da auch nicht reingekommen. Da war ich noch gar nicht. Nein. Nein. Können wir denn jetzt schlafen? Geht es vielleicht? Ja, also ich kann schon. Herr Manfred auch? Ach, was mache ich denn hier? Shift muss ich drücken. So. Bett. Gute Nacht. Oh. Schlafen wir mal kurz. Vielleicht finde ich ja den Weg wieder hierher raus. Ja, ich sehe schon. Oder? Nee, ich sehe nicht. Ich sehe eine Kuh. Aber hier geht es weiter. Hier. Hier. Hier bin ich nie im Leben durchgefahren. Nein, 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 nein. Du hast Terraforming gemacht. Hinter meinem Rücken. Damit ich ja nicht wieder hier rauskomme. Gebe es zu, Manfred. Gebe es zu. Die ganze Gegend sieht anders aus. Ist das nicht normal. Nein, nein, mein Bett. Mein Bett schwebt weg. Oh, die Schaufel ist gleich kaputt. Hm. Das ist die Frage. Ich hole mal Luft. Weiter geht's. Kann man das nicht auch mit Händen abbauen? Stein oder Ziegelstein? Das ist jetzt die Frage. Dauert ein bisschen länger. Ein Zustand. So. Aua. So. Mal was essen. Wir gehen die Hühner aus. Jetzt schon? Ja, aber wo bin ich? Hier kann ich durch. Die Höhle habe ich nie gesehen. Was sind das hier für Kanäle, wo ich jetzt lang schippe? Interessant. So. Aber ich bin jetzt wieder aus. Hier in der Höhle, da war ich gewesen. Ich habe wieder rausgefunden. Dein Plan hat nicht funktioniert, Manfred. Eines Tages. Um die Insel bin ich rum. Da schwebt was in der Luft vom Leuchtturm. Das sieht aber ein bisschen komisch aus. Ein Bauteil von Leuchtturm schwebt in der Luft. Hast du den Leuchtturm kaputt gemacht? Ich war doch auch nicht mal. Ne, ich meine Manfred. Bei mir sieht der noch ganz normal aus. Naja. Solltest du wohl mal deine Hex ausschalten? Ich hecke nicht. Egal. Ich sehe das Sommerhaus. Heimat. Heimat. Jetzt baut sich der Turm langsam auf. Du, du, du. Du, du. Ich sehe die Kirchturmspitze. Achso, jetzt muss ich ja hier wieder einparken mit dem Boot. Wo war denn die denn das rausgenommen? Auch von welcher Seite? Fehlt hier eins? Ich sehe schon, dass ich wieder sortieren darf. Wo fehlt ein Boot? Ne, hier fehlt keins. Glaube ich jedenfalls. Wir haben so wenig Kühe. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen nachhelfen. Hier ist gar kein Platz für ein Boot. So. Ich bin wieder da. Schwert. Ach, meine Werkbank ist ja auch noch da. Deine Werkbank? Hm. Wichsen sie ist treu. Dieses Huhn ist ja untreu. Das Huhn ist untreu? Hm. Hat sie sich mit einem anderen Hahn gesucht? Mehr oder weniger. Hier liegt ein Ei. Interessant. Ey, missbraucht ihr nicht meine Öfen? Doch. Ich komme noch nicht vorwärts. Ich war so fleißig. Warte. 16. Das kann alles wieder raus aus dem Sack. So, das Ei kommt hier hinten hin. Und du musst mal gucken, was der Manfred macht. Oben müssen noch zwei Ofen sein. Du machst das jetzt hier in der Küche. Ach, jetzt habe ich das seine Truhe getan. Ach, Mann, Manfred. Ich komme nicht mehr durch die Tür. Du hast die extra enger gemacht, ne? Vielleicht. Ja, 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 ja. So. So. Schubs. Da ist noch eine Kartoffel drauf. Schwubs. Eine Kartoffel, alles gut. 60 Ofenkartoffeln. Gut. Ich müsste das hier, glaube ich, noch ein bisschen tiefer verlegen. Aber wir haben ordentlich Kartoffeln, also. Wenn einer mal eine Kartoffel braucht. Ich habe keine Hand mehr frei jetzt. Ich lege mir das mal hier oben rein. Okay. Glück auf. Aha. So. Jetzt habe ich was gegessen. Jetzt komme ich wieder nicht durch die Tür. Ah, ist das lästig. So. Jetzt müsste ich mich mal um meine Schaufel. Haben wir noch eine kaputte Schaufel? Ich hätte noch eine mit, aber eine kaputte. Wenn du die haben, bist du. Ich baue mir eine neue und dann kann ich ja meine Verzauberte damit kommen. Kombinieren und dann. Genau. Eine reicht ja. Dann behalte ich meine Verzauberung, weil ich jetzt im Moment auch nicht so gut zaubern kann. Einfach mal die Kühe füttern. Oh, das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal. Nee, nee, nee. Dieser Manfred. So. Das Bett, das kann auch da oben hin. Warum habe ich das da? Und dann mache ich da wieder die Axt hin und... Boah, das räume ich jetzt hier aus dem Ofen raus. Den Scheiß braucht doch keiner. Sicher? Ja. Okay. Hier geht's noch. Gut. Ja, das Dach sieht ein bisschen doof aus wie bei den Pferden. Das gefällt mir alles nicht. Ich baue das nochmal ganz anders, glaube ich. Das geht aber auch nicht anders durch die Steinstufen, ne? Muss ich mir nochmal was überlegen. Gefällt mir wirklich nicht. Wo ist denn der Manfred? Ich gehe gerade von dem einen Platz aus zum Haus. Wo baut er denn? In der Nähe der Mühle. Hallo. Nein, Junge. Ich brauche einmal Erde. Was machst du denn hier überhaupt? Man sieht ja gar nicht, dass du... Oh. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Hier hinten passiert was. Au. Aha. 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 Ich gehe mal lieber weg. Aha. 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 Haft. Aha. 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 tun.